Die Punkte der Fachjury, wie gesagt, teilen wir jetzt auf. 100 Punkte insgesamt von der Fachjury für unsere Acts. 24 von 100. 34 Punkte. 6 Punkte. Das sind 32 Punkte. Zweiter Platz also bei der Jury momentan für Jela. Ja, und wie viel gibt's für ABBA auf LSD Bundle-Loop? Schon sehr besorgt. Die Jury hat gewählt. Vier. Aber nur nach denen geht's ja nicht. Wir kümmern uns jetzt um Ihre Anrufe und SMS. Wie viele Punkte gibt's von Publikum für The Bundle-Loop? 11 Prozent. Elf von 100 sind weg. 10 dazu. 25. Bin ganz schlecht in Mathe, aber es geht sich noch alles aus, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Wie viel Prozent von 100 sind noch übrig? Und wie viel davon bekommt Natalia Kelly jetzt? 38 Punkte kommen dazu. Da haben viele angerufen und viele sich für die Ballade von Natalia Kelly entschieden. Und damit bin ich jetzt sehr gespannt, wie viele Punkte noch übrig bleiben für Jela. Geht sich das noch aus? 16 dazu. Und damit steht die Entscheidung fest. Wir begrüßen Sie nicht. Aber ist es sehr gut. Wir begrüßen Sie sich für die Ballade von Natalia. Wir begrüßen Sie nicht.